Kennen Sie schon den Hot Pot? Boden kräftig eindrücken, 40 Sekunden schütteln Und dann heiß genießen Selbstverständlich haben wir auch den kleinsten Kühlschrank der Welt, gefüllt mit leckerem Eistee oder Eiskaffee Wie es funktioniert? Im Inneren unseres Hot Pot oder Cold Pot befinden sich drei getrennte Kammern Im Boden befindet sich Wasser, welches nach Drücken und Schütteln mit einem herkömmlichen ungiftigen Salz reagiert und das Lebensmittel im Inneren erhitzt oder abkühlt Werbeanbringung im Kundendesign, auf der Banderole oder dem Deckeletikett möglich Wasser, mal 20 Sekunden Brian Untertitelung des ZDF, 2020